Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Depot-Roast auf YouTube. Mittlerweile sind wir beim 25. Depot-Roast angekommen, also ein kleiner Meilenstein wurde erreicht. Vielen Dank an euch, macht mir sehr viel Spaß das Format. Hab jetzt eben auch wieder zwei Depots eingeschickt bekommen von euch, die ich jetzt eben dann roasten werde in der nächsten Woche oder in dieser Woche. Und genau, wünsche euch auf jeden Fall jetzt hier viel Spaß mit dem 25. Depot. Wem dieses Depot gehört und wie es genau ausschaut, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, jetzt sehen wir hier, 25. Depot hat ein Vermögen oder eine Größe von knapp über 5000 Euro. Dieses 25. Depot gehört einem 25-jährigen Lagermitarbeiter, der nebenbei sogar noch zwei Nebenjobs hat, einmal Postbote, einmal Security. Ich nehme mal an, es werden dann wahrscheinlich zwei 450-Euro-Jobs sein, also jetzt nicht viel zu viel Zeit beanspruchen, wenn er eben diesen Haupt-Vollzeit-Job als Lagermitarbeiter hat. Hat mit dem Investieren begonnen im Juli 2021. Es ist hier tatsächlich mal sehr richtig getrackt, freut mich. Und hat ungefähr eine Sparquote monatlich, Investitionsquote von 40%, also 40% von seinem Netto investiert er monatlich. Jetzt sehen wir hier, maximale Performance, relativ minus 10%, absolut minus 600 Euro. Klar, liegt einfach daran, letztes Jahr im Juli angefangen. Denn der Höhepunkt war Ende 2021 im Dezember und seitdem ging es eigentlich dann auch eben so gesehen runter. Jetzt nicht absolut, aber genau, es ging dann hier ab Dezember eher der Trend nach unten. Die Gründe brauche ich euch, glaube ich, nicht zu nennen, haben jetzt wahrscheinlich alle mitbekommen. Dieses Jahr wird knackig, auch das nächste, ja, ich glaube, das nächste erste halbe Jahr von 2023 wird knackig. Und genau, wie das Depot jetzt aufgebaut ist, schauen wir uns an. Größte Position der iShares Core MSCI World ETF mit knapp 1500 Euro. Das ist der größte ETF der Welt, Industrieland ETF. Also hat großen Amerika-Fokus, aber eben auch noch andere Industrieländer beinhaltet. Dann die zweitgrößte Position ist die Deutsche Post. 30 Aktien, knapp 1000 Euro, minus 8%. Nehme ich an, da hat der Abonnent in den letzten Wochen, Monaten einmal größer nachgekauft. Ihr habt wahrscheinlich auch auf das Video eventuell wegen dem Thumbnail geklickt. Da werde ich zum Ende hin noch ein bisschen was sagen, was mich jetzt persönlich daran stören würde. Warum es jetzt aber auch kein Genickbruch ist. Drittgrößte Position Alphabet, hier mit 700 Euro. Nehme ich auch an, wurde vor kurzem etwas größer nachgekauft. Dann haben wir Abwi. Die haben gute Performance, also erste Aktie hier von den Größeren mit einer positiven Performance. Aktuell positiven Buchgewinn. Vier Stück, knapp 600 Euro, 560. Dann Infineon, 327. Fresenius, auch 327. Beide auch stärker unter die Räder gekommen. Dann den zweiten ETF, den Core MSCI Emerging Markets. EMI, Investible Market Index heißt das. Und ist eben ein Schwellenland ETF, eben getreu dem Motto 70,30. Obwohl man hier aber auch sagen muss, es ist hier kein 70,30 Performance. Feedback, Fazit gibt es am Ende. Weiter geht's. Apple haben wir hier jetzt die erste sozusagen, also nicht die erste nach Alphabet, aber noch eine weitere amerikanische Tech-Aktie mit knapp 200 Euro. Dann Unilever, die erste Konsumgüter-Aktie hier. Die erste sehr solide Dividenden-Aktie. Gut, Fresenius zählt auch dazu. Den besseren Dividenden-Aktien ab Wien natürlich auch. Aber Unilever wirklich so eine solide Aktie. Genauso wie Procter Gamble, genauso wie Coca-Cola oder Pepsi, weil sie halt, oder Nestlé, weil sie halt einfach diesen enormen Vorteil haben, dass sie wirklich Produkte des täglichen Lebens herstellen und wirklich Milliarden Kunden weltweit täglich haben, so gefühlt. Und das ist schon ein sehr, sehr guter Burggraben. Geht gerne mal durch den Supermarkt und schaut mal bei ein paar Produkten hinten drauf. Es gibt vier, fünf Marken und die haben eine recht gute Dominanz im Markt. Klar, gibt es hier auch nochmal andere Unterschiede, wenn man sich Deutschland oder Amerika und so anschaut, aber am Ende, ein paar großen Playern gehört da fast alles am Ende. Dann haben wir Microsoft mit 0,63, also Aktienanteilen 156 Euro. Finde ich auch ganz witzig hier zu sehen. Man sieht hier definitiv, es gibt Aktien wie Deutsche Post, Alphabet, also die ganzen, ganzen Anteile, wo eben mit Einmalkäufen gearbeitet wurden. Hier aber dann eben auch, das sieht man eben immer an den Kommazahlen hinten, gibt es eben auch durchaus Aktien und ETFs, die im Sparplan laufen und im Sparplan bespart werden. Und jetzt haben wir hier unten noch ein paar kleinere Positionen, alle irgendwie unter 50 Euro. Brain Chip, BASF, Lanxess, Firefinch, About You und Acker Carbon Capture sind alle jetzt gut, außer vielleicht BASF. Die kann man vielleicht ein bisschen rausnehmen. Lanxess kennt man natürlich von der Lanxess Arena. Die müssten, was machen die ja, Chemie, genau, Chemieunternehmen. Ja, sind meiner Meinung nach, ja, können wir jetzt mal das Fazit schon mal bei den kleineren Positionen vorwegnehmen. Ich würde mir Gedanken machen, wieso du die im Depot hast. Klar, wenn du jetzt, wie gesagt, nicht wirklich was dagegen rechnen kannst, kann es durchaus Sinn machen, dass du die vielleicht jetzt einfach noch dieses Jahr hältst und dann nächstes Jahr mit Verlust verkaufst, um eben vielleicht Dividende oder irgendwelche anderen Gewinne gegenrechnen zu können. Wenn du jetzt aber unter 801 Euro liegst, macht es nicht wirklich Sinn, weil du dann eben, wenn du jetzt sagen wir mal den Verlust realisierst, Verlust realisierst und den dann halt auch nicht mal mehr irgendwie gegenrechnen kannst. Und würde mir da eben jetzt an deiner Stelle Gedanken machen, was sind hier Aktien, wo du vielleicht sagst, hey, da sehe ich langfristig Potenzial und was sind hier wirklich vielleicht Firefinch, Brain Chip oder auch Acker Carbon. Vielleicht zum ersten Mal. Würde mich mal interessieren, wo die herkommen. Ach, aus Norwegen, okay. Kohlenstoffabscheidungsunternehmen aus Norwegen. Ja, wahrscheinlich eher kleiner, 800 Millionen Marktkapitalisierung. Ja, ist definitiv ein Wachstumsthema, aber da musst du dir den Gedanken machen, entweder du packst nochmal ein bisschen was rein, minimierst dadurch deinen Einstandskurs oder veräußerst sie dann halt irgendwann und rechnest Gewinne dagegen. Ähm, aber ja, die sind meiner Meinung nach zugleich, zumal man sich jetzt hier den Rest anschaut. Jetzt schauen wir hier mal hier unten. Ähm, Regionen, großer Nordamerika-Fokus, klar, dann Europa, ähm, Schwellenländer sehr, sehr gering, andere Asien und Japan. Dann haben wir die Anlageklassen, ähm, Aktien mit knapp 70 oder 68 Prozent, ETFs dann mit 32 Prozent Positionen. Jetzt kommen wir hier auch schon eben zu dem großen Knackpunkt, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man sich jetzt hier die Einzelpositionen anschaut. Klar, der MSCI World ist hier mit 27, 28 Prozent gewichtet. Das ist ganz gut, das ist eine solide Basis. Demgegen gelegt ist leider nur der MSCI Emerging Markets mit 4,5 Prozent gewichtet. Ähm, ich würde dir jetzt mal den Tipp geben hier tatsächlich zu schauen, dass du ein bisschen den Fokus einfach auf diese zwei ETFs legst. Dass du vielleicht sagst, keine Ahnung, 50 Prozent, 40 Prozent meines Depots. Ähm, vielleicht auch 60 Prozent, wenn du eher weniger Risiko, also wenn du nicht so viel Bock auf Risiko hast, sagen wir mal. Ähm, und dann halt schaust, dass du halt eher den Fokus dann eben vielleicht 70, 30, 80, 20 irgendwie legst. Aber hier ist eben jetzt halt die Gefahr. Klar, ich glaube, es liegt daran, weil du vor kurzem nachgekauft hast. Aber hier ist halt jetzt eben die Gefahr, weil jetzt hier die Deutsche Post macht ungefähr ein Fünftel deines Depots aus. Ähm, Alphabet macht hier ungefähr, ja, knapp 15 Prozent deines Depots aus. Abwi macht ungefähr 10 Prozent deines Depots aus. Und das sind jetzt einfach so Gewichtungen, wo ich sage, weil es auch Einzelaktien sind und, ja, man sieht es in der aktuellen Marktphase, Einzelaktien können auch mal sehr, sehr gut durch die Räder kommen oder unter die Räder kommen sozusagen und halt schon gut einbüßen. Ähm, das ist bei ETFs in der Regel nicht der Fall, weil sie halt eben viel breiter gestreut sind, mehrere Titel beinhalten. Und deshalb natürlich in der Regel nicht ganz so stark, ähm, absinken wie Einzelaktien. Klar kann man dann natürlich auch Glück haben und sagen, hey, man hat vielleicht eine Aktie, die besser performt. Aber jetzt einfach in diesem doch eher negativeren Marktumfeld mit fallenderen Kursen, ähm, sind natürlich Einzelaktien hier Positionen oder, äh, kann man Positionen nennen, die dann doch eher auch stärker getroffen werden. Dann, zudem, ähm, wie gesagt, habe ich es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ähm, ist hier meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig Fokus auch auf Schwellenländern. Ähm, sehr großer Nordamerika-Fokus, sehr großer Europa-Fokus, ähm, da würde ich mir vielleicht ein paar Gedanken machen. Und zudem hast du jetzt hier auch noch keine Kryptos, das wäre vielleicht auch noch eine weitere Möglichkeit, wie du diversifizieren könntest. Vielleicht ein bisschen Bitcoin, vielleicht ein bisschen Ethereum. Da aber erstmal einlesen in die Thematik, ähm, vielleicht ein, zwei Bücher lesen, ähm, ein paar YouTube-Videos anschauen oder so, dass du ein bisschen da reinkommst in die Thematik. Aber, was man trotzdem fairerweise sagen muss, jetzt, äh, abgesehen von den kleineren Positionen hier, hast du hier definitiv Unternehmen dir ins Depot geholt und jetzt auch zwei ETFs ins Depot geholt, die definitiv solide sind. Die kann man meiner Meinung nach alle aufbauen, ähm, entweder mit Einzelkäufen, wie du es hier teilweise machst oder halt eben ganz basic, äh, mit Sparplänen jeden Monat, ähm, zumal man jetzt gerade in der aktuellen Marktphase vielleicht auch Sparpläne ein bisschen erhöht, ähm, weil es einfach, wie gesagt, gerade wieder gute, attraktive Kurse gibt. Klar gibt es dann wieder Tage, ähm, wo es höher oder besser gibt, aber in der Regel, wenn man es sich jetzt mal anschaut, ähm, bezweifle ich, dass es dieses Jahr noch irgendwie stärker nach oben gehen wird. Also ich bezweifle, dass wir dieses Jahr noch irgendwie einen Bullenmarkt sehen werden. Ähm, von daher sind das die Chancen meiner Meinung nach, wo man dann eben genau antizyklisch agieren soll. Sollte vielleicht die Sparrate erhöhen sollte, um eben langfristig, sagen wir mal, sich doppelt und dreifach zu freuen, ähm, weil früher oder später werden sich die Kapitalmärkte auch definitiv wieder erholen. Ähm, klar, wir haben gerade hohe Inflation, wir haben sehr, sehr hohe steigende Zinsen, ähm, das ist alles, äh, Feuer für die Börse, sagen wir mal, für Aktien. Deshalb werden diese eben aktuell stark abverkauft, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, bleibt dabei, keep going, ähm, ich würde dir hier jetzt in der Bewertung insgesamt, ähm, tatsächlich nur eine 2 von 5 geben. Liegt einfach daran, dass mir gerade hier die Diversifikation zu hoch ist. Klar ist es jetzt gerade eine Momentumaufnahme und du wirst jetzt wahrscheinlich die Deutsche Post eher nicht mehr nachkaufen, sondern andere Unternehmen, ähm, sodass da die Diversifikation dann wieder stimmen wird, langfristig. Ähm, zudem eben keine Schwellenländer, zudem auch keine Kryptowährungen. Ich finde Kryptowährungen jetzt vor allem mal mit Blick auf Bitcoin, ähm, eben aktuell in dieser Marktphase als deflationäres Asset. Gegengesetzt den ganzen doch sehr, sehr stark inflationären Währungen, die zudem, wenn man sich jetzt mal einen Euro zum Beispiel anschaut, sehr, sehr stark im Wert verloren haben in den letzten Wochen, ähm, durchaus spannend, aber bitte erst mal anschauen. Das sind ja auch alles so meine persönlichen, ähm, Gedenken, sagen wir mal, ähm, zudem, genau, eben sehr starker Fokus jetzt hier auf Amerika tatsächlich und dann doch auch auf so einem Land wie Deutschland, wenn man sich jetzt hier mal anschaut, Deutsche Post, Infineon, Fresenius, ähm, aber wie gesagt, keep going, ähm, finde am Ende einen Weg, der dir gefällt. Hab einen Blick auf die Diversifikation, ähm, hab einen Blick drauf, dass du vielleicht jetzt auch, wenn du jetzt mal hier Aktien hast, wie eine Infineon oder eine Fresenius, ähm, aber auch vielleicht eine Microsoft, wenn du sagst, hey, das sind Aktien, die ich langfristig definitiv halten werde, dass du da dann vielleicht jetzt wirklich die gefallenen Kurse, sagen wir mal, diese minus 33% für ein paar Nachkäufe, jetzt entweder per Sparplan oder per Einzelkauf, ähm, da bitte aber auch immer die Gebühren im Blick haben, es macht keinen Sinn, einen Einzelkauf bei einer Direktbank an irgendeiner Börse zu machen, für 10 Euro Gebühren, wenn man irgendwie am Ende 150 Euro investiert, da dann bitte eher mit Sparplänen arbeiten, wo es dann 1,5% sind an Gebühren, die anfallen, ähm, ähm, und genau da vielleicht ein bisschen Gedanken machen, aber ich hoffe, dass ich dir mit dem Video hier helfen konnte, schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, ähm, wie hat euch das Depot gefallen, was gefällt euch gut, was gefällt euch schlecht an dem Depot, zudem alle, die Bock haben, jetzt hier auch mal beim Depot Rose teilzunehmen, wie immer findet ihr den Link zu meiner Website unten in der Videobeschreibung, ähm, ähm, dort findet ihr kurz die Anleitung, dauert vielleicht 5 bis 10 Minuten und ihr könnt teilnehmen an diesem Format, habt, zudem findet ihr natürlich auch den Link zu diesem 25. Depot, könnt ihr euch jederzeit dann anschauen, in Echtzeit, ähm, nachverfolgen, nochmal in Ruhe, einfach ein bisschen abchecken das Depot, ähm, würde mich natürlich wie immer auch freuen über jedes Like, was ihr mir da lasst und über jedes Abo, ähm, dann werdet ihr hier einfach sozusagen mir helfen, dem Kanal helfen, das Video wird ein bisschen mehr gepusht, ähm, die Krönung von dem Ganzen wäre natürlich, wenn ihr die Glocke klicken würdet, dann, ähm, bekommt ihr zudem noch jede Benachrichtigung und, äh, verpasst keines meiner Videos und genau, freue mich, wenn ich euch natürlich wie jedes Mal beim nächsten Video wieder begrüßen darf und bis dahin, ciao, ciao!